so hallo vor der spielgutur auch wieder nach youtube das revanche dass die revanche von mir eiko und barathur gegen enkirod stone und centurio tipp wobei wir natürlich alle total entspannt sind dass wir gegen tipp vorhin verloren haben lasst uns mal wir haben wieder eine 50 50 chance na ja lass einfach nach anaria höre mit dir jetzt sagt dasselbe grad weißt du tipp willst wahrscheinlich zu denken ja die gehen jetzt auf anderen verlinken jetzt gehen mir grad mit die sind so stumpf die gehen noch mal auf denselben ja oder wie gesagt die 50 50 chance das ja okay sie starten noch mal da machen wir das auch deswegen das ist so 50 50 jetzt das ist egal wie oder die teilen sich auf was ich glaube es wird gefragt was ich arbeite ich arbeite arbeitslos sagen ich bin heute von der arbeitslos ganz schön erschöpft puh ich habe heute von arrow die dritte staffel fast komplett geguckt das war anstrengend ich glaube ich bin noch nicht ganz durch 24 aber der gag ist einfach die dritte staffel dümpelt so vor sich hin bis glaube ich folge 17 und dann geht das richtig ab bin ein bisschen angepasst da ich nicht bis zu ende gucken konnte heute die war im weg ja auch eigentlich ich habe auch ein bisschen was gemacht lustigerweise ich habe heute auch bewerbung geschrieben und sowas ach so was machst du ja auch nicht den ganzen tag kann das arbeitsamt auch nicht denken ja der typ der muss da sitzen ganz noch bewerbungen schreiben wofür wohin vor allem ding ist ich habe glaube ich alle shops die gerade auf mich zutreffen würden habe ich jetzt eine bewerbung hingeschickt musste umziehen am arsch der welt arsch und ich habe ja eigentlich sachen offen von firmen zum beispiel in köln ist eine die hat ein headhunter mich angesprochen da habe ich auch schon meine sachen hingeschickt und habe auch schon telefoniert mit denen und da wird es auch noch ein gespräch geben ich habe sind alle hier skyline du musst doch wissen was ich mache es geht los wer product manager bei tipp wird so lange gewartet haben guckt in den stream und seht aha da sind wir da gehen wir da auch hin der lädt doch so lange weißt du doch ja derzeit deswegen ja bei eine minute delay ist nicht viel ich gehe gleich orten die nicht doch die sind bei uns ja ich wusste es als ich gesagt da ist schon mal tipp der ist direkt neben proof nein und neben hier ist ein bisschen weit weg so guck mal bei dir in der nähe ist aber im ernst ist tipp alleine hier weißt du was passiert ist der konnte nicht mehr auswählen der war zu spät im spiel dann kriegt er irgendeinen zugewiesen der ist alleine hier ich gehe jetzt nicht mehr auswählen der war zu spät im 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 spät d das geht auf plärshem Das ist nicht so beliebt. Ja, wahrscheinlich so schnell wie möglich vom Piz, äh, vom hier abbauen. Deshalb müssen wir so schnell wie möglich die anderen sichern. Ja, nicht nur das, aber vielleicht so schnell wie möglich nur wegholen. Vielleicht Jäger holen. Ja, siehst du? Ja. Ah, ne, das ist so anders da. Ja, aber wird, ehe wir uns versehen, ist da... Bauen wir mal zwei, drei Jäger. Das ist auch woanders, das ist orange. Denk hier, Rod, ist auch schon im Orbit. Ich tippe nur Mess, spammen. Ja. Zernisch. Das macht keine Ammunitionen dazu, dass er abbauen will. Warte mal, ich geh nochmal drüber fliegen. Wir haben ein paar Panzer schon stehen. Ähm, ja, also man könnte ihn angreifen. Leider gab es noch nichts. Der hat es genau auf die andere Seite gestellt. Ja. Ja. Was ist das? Der hat auch schon zwei, drei Jäger, sehe ich. Ja, weil der damit die fliegenden Bauarbeiter kaputt machen will, immer. Wenn wir seine Eko zerstören, haben wir eine ganz gute Karte. Ja, ich bin schon dabei. Wir haben aber zwei Portale hier, die werden vermutlich Verstärkung durchschicken. Geh mal mit deinen Einheiten weiter nach Norden. Bitte. Moment, welchen meinst du? Meine? Ah, ja. Bau direkt, orbital. Oh, läuft. Da ist er schon. Ich würde sagen, wir gehen rein. Du hast keine Ere. Nichts gegen Ere. Hast du? Ja, hast du. Ja, habe ich natürlich. Wenn du hast, dann ist er gut. Ich werde nicht weiter nach Norden. Ich werde nicht. Ich werde nicht weiter. Ich werde nicht weiter. der ist schon auf einem planeten sicher bestimmt ich würde da nicht von ausgehen direkt ich habe bis vorhin kein portal gesehen bei ihm deswegen egal das kostet ihn trotzdem erst mal was ja da ist er weg ich habe schon ob das sie anker wenigstens wechseln schon mal eigentlich müssten wir gerade ein portal rüber bauen und rüber gehen mit unseren einheiten so was schönes kommt noch die letzten produktionen sachen von denen ja ich gehe jetzt sind schon da ich bin hier im nord hat ok so ran da mit dem speck du auch unterstützt den doch faul ist pack wir bauen schon orbitale werften also müssen wir uns beeilen wenn wir wirklich rüber gehen wollen die sind schon auf auf dem ersten blatt weil der erste blatt verdienen wir haben schon mal sind schon auf einem drauf ja ich gehe gerade auf dem zweiten versucht dort ein portal herzustellen die die Was denn? Das will ich eigentlich nicht sagen. Wir haben nur eine Minute Delay. Dann sag's lieber nicht. Vielleicht ist es auch nur eine dumme Idee. Bleibs mir einfach. Im kurzen Sitzen am besten. Hm, wo? Wir haben jetzt einen zweiten Blatt auch noch. Ja, ich seh's. Dann haben wir ein Problem. Müssen wir jetzt gucken, dass wir mal rüberkommen. Ja. Abwehr bei uns auf dem Planeten. Ja. 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 Und ab die Post. Bei uns kommt was. Ah ne der geht grad weg. Bei den Bauernheiten kann ich mit dem Portal durchlaufen. Einmal mehr Obital-Fabriken da drüben ein Müssen wir gucken, dass mal ein Planet wenigstens gesichert wird Das will ich suchen Was ist das für einen von den... Ja Ja Ich brauch mehr Baueinheiten dafür Ja Wer braucht die nicht? Ok 4 Es ist offen, es ist offen Geh ich durch Mit Truppen? Sehr schön Ja Ich schicke mal meine Einheiten zu dir ins Portal Ja Ein Feind er her Ja 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 So Ab geht die Post Ich spaw noch was bei dir in die Basis Also ich mein Scrub Proof Na? Was passiert hier? Oh und was ist in deiner Basis? Achtung, da machen wir grad einen Teil deiner Einheiten Ja ich seh Schau mir deinen Affen vor So meine Einheiten kommen auch grad zum Portal Soll ich sowas bei dir auch in die Basis reinbauen? Meinst du mich jetzt? Ja Weißt du was du eingebaut hast? Anti Ja Wohin? Bei deinen Produktionen? Ja baus ihn Ich hab's jetzt mal da gemacht wo so das meiste steht Helios Invasion Titan construction complete Möchte jemand mitkommen? Wohin? Auf dem Planeten Äh wir sind auf einem Ich mein noch einen Noch einen Noch einen? Ähm Gott keine Einheiten Ich könnte nur meine Jäger mit schicken Ich bin auch in der Abwehr Ich bin auch in der Abwehr Aber stimmt Du hast dasselbe oder? Ja So eingeschraben Bitteschön Einjesstner Ein kleiner Satelliten Ja So Es ist ein kleiner Satelliten und da war ja noch nicht viel naja das sind sie auch nur kurz um meine baueinheiten zu stoppen wo ich dort hatte das sind wir hier in der nähe vom portal stehen produzieren wir ein bisschen energie für uns hier ist jetzt so ein bisschen der angreifer ich bin so ein bisschen passiv das ist mir ganz gut das ist jetzt unter das portal immer anti bumm mhm gute idee gar nichts sehe musst du irgendwas sehen ich habe schon wieder so viele baueinheiten das gibt es doch nicht sammle alles mal vergessen dieses mal nicht da geht es gleich durch ich 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 du hast keine energie scheiße was ist echt denn? ja ich geb euch schon alles ab was ich hab tschüss komm 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 ich brauch positive energie ich auch jetzt wird er durch ich baue noch dieser neki braucht ja ungefähr ich hab's wieder ich produziere jetzt also hab du jetzt auf 70.000 Überschuss sogar 200.000 Überschuss also wenn ihr jetzt keine energie habt dann weiß ich nicht mehr los ist gut tipp dein Arsch gehört mir tipp dein Arsch gehört mir ja 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 ne ja 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 So, mir ist verpissdisch. Warum willst du nicht verpissen? Beziehungsweise lass mich doch so viel zerstören wie möglich. Ich dachte, du willst schon ein bisschen verholen. Das war Tipps Hauptbasis. Na gut. Wolltest du nicht was schicken? Bin ich gerade dabei, aber die braucht Ewigkeit. Aufgrund ist Orbital Ruhe, dass ich auch schicken kann. Das war's für mich. Danke, Herr Dritter. Nuke unterwegs, Aftung. Wohin auch immer. Ich glaube, dahin, wo unsere Einheiten gerade stehen. Ja, die ist gleich hier. Feiglinge. Das hat mein Zeus zerstört schon. Das hat mein Zeus zerstört. Okay. Ihr wollt es also so. Jetzt bin ich dran. Ich mach das. Pass auf, da hast du noch ein paar Gegner. Aber es sollte nicht mehr so viel übrig sein. Nein, es dürften nicht genug, es dürften so wenig sein. Du hast jetzt auch mein Zeus patrouillieren über den Planeten. Gibt es selbst wenn, ich baue einfach noch eins. Nächste Zoo ist unterwegs. Jetzt bringen sie Orbital Raiders rüber. Geh, das ist neben mir. Die kommen aber auf uns. Natürlich kommen die auf uns. Ja, da haben wir Glück gehabt. Egal, Hauptsache wir haben die Planeten. Na, ich bin auf dem richtigen Planeten. Jetzt lass mich doch mal hier hantieren. So, ich glaube der ist jetzt uns. Oh, vollkommen. Oh, a tip. So, jetzt haben wir alle, oder? Bis auf den Haupt von dem. Ja. Ist gut. Steck drei Zeus reichen für den kleinen Mon, oder? Ja, ich baue jetzt hier erstmal einen Jux hoch. Ja, Anti-Nuke am besten. Ja, ja, Anti-Nuke. Ja, schütz dich erstmal. Die haben wieder gescoutet. Du weißt, wo meine ganze Produktion steht, ja. Dein Portal. Da wusste, alter. Ja, fick dich du Hure. Wie? Der hat doch gar kein Satellit hier gehabt. Vielleicht hat er erwischt von den anderen. Von was? Da ist doch gar nichts mehr. Oh, da täusche ich mich da gerade. Oh, da ist doch gar nichts mehr. Geschwindigkeit nimmt ab. Scouten wieder. Anti-Nuke launch excited. Anti-Nuke installation lost. Blau kommt. Blau kommt mit. Mit? Äh, lasern. Wo ist der? Wo ist der? Die kommen gerade mit allem, was sie haben. Ja. Nice. GG. Die haben da einige Nuke-Werfer. Ich versuche so viel wie möglich. Da ist er. Nee, kriege ich nicht mehr. Ja, bei uns sind sie an die falsche Stelle gehüpft. Ja. 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 Und was macht ihr so? Überlegen, ob Planeteninvasion oder Heli. Aber er baut schon. Ich bin schon mit Heli-Clash fertig. Dann schließe ich mich ab. Meine, meine, ich habe ja hier zwei, äh habe hier ja Nuk-Abwehr und ein bissl Orbit-Abwehr. Dann müsste mein Schieb halt fertig sein. Ich spiel mit. Ich hoffe, hier hat keiner Commander oder so. Dann ist gleich rum. Wird gleich der nächste gebaut. Oh Mann, der Tipp ist tot. Ja, ich habe den Tipp getötet. Ach, habt ihr schon gebaut? Bin schon fertig. Ach, gesetzt. Schade. Ja. Schön, dass ich den Tipp zum Aufregen gebracht habe. Das war jetzt echt noch schönes Ende. Das war ein heroisches Röpsen. Ich hatte jetzt Manhattans geschickt durch den Titan. Echt? Ja, ich hatte schon welche fertig gebaut. Ne, ich wollte es eigentlich genauso beenden, wie sie es vorhin beendet haben. Ja, ne, das ist auch okay. Damit kann ich leben heute. Tschi-Tschi, würde ich sagen. Tschi-Tschi. Ja, Tschi-Tschi. Und Wub Wub. Und Wub Wub. Und Wub Wub.